Ja, einen wunderschönen Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde, Avory und zusammen mit dem Isra Hallöchen. Hallöchen. Komm, wir machen das Risszentrum kaputt. Er lacht doch. Komm, lass mal machen. Jetzt kriegen sie richtig. Klo. Aber du weißt, dass ich danach noch mal reinspringe, ne? Äh, ja. Na gut, ich mein's ja. Warte, hör mal den, ach, schön sie kennenzulernen, ja. Ach, hast du die E-Mail auch gekriegt, ja? Wenn ihr meinen Party angreift, ist hier ein Scheiß mit Kennenlernen. Jetzt haben sie dich kennengelernt. So. Was freil ich mir aus Handeln? Als erstes Güterschiff wegmachen, oder? Nicht nur wegmachen. Gib mir da eine Frage. Loll. Tschüss. Hm. Und Pech haben wir auch. Achtung, da kommen ein paar Torpedos reingeprasselt. Nicht erschrecken. Boah. Ich schieß gleich beide. Ich stelle mich jetzt mittig. Auch ne gute Idee. Und ich schieße einfach beide. Kann man auch mal machen. Ja. Ah, da kommen die ersten Raketen-Selven geflogen. Also das Biotop wird wahrscheinlich als erstes fallen. Auf. Aktuelles Ziel angreifen. Meine Abwracklaser richten sich gerade nach vorne. Moin. Und Tschüss. Die kommen rein, sind zerstört fast. Hahaha. Dass sie alle meine Laser abkriegen. Oh. Schön dicht reingeflogen. Die Arme stand direkt unter ihnen. Voll mies. Einfach so die Schilde weggesaugt. Boah, jetzt kommen Raketen rein. Aber Höhlen-Damage mach ich nicht. Also Höhlen-Damage ist gut. Naja, ein paar Raketen kommen da von mir reingeflogen, ne? So, Mensch. Ich hab doch noch mal ne Jäger. Ach ja, die hab ich auch noch. Autopilot. Alle Feinde angreifen. Notstart. Meine Staaten ist nicht. Ich sammle jetzt, äh, drei Daffeln werden jetzt. Beute sammeln. Ach ja, die Funktion haben die ja auch jetzt. Ja. Ganz geil. Das ist übel. Jetzt grabbeln wir da nochmal in die Kiste rein. Nein, ich will da nicht hin. Da haben wir nicht hin. Oh, 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 oh. Ich hab ne Menge, ja. Ouchi. Guck mal, mit jedem Item, was wir aufsammeln, erhöhen sich die FPS. Scheiße. Ja. Aber hier sind noch Sachen. Sachen, was? Wir machen Sachen. Was machen wir? Sachen sind ja noch drin. Wie praktisch es ist. Fünf? Dass die Jäger jetzt einfach die Beute aufsammeln. Ist mega gut. Das glaube ich dir. Da haben sie was richtig Gutes gemacht. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Äh, seitdem war ich genug weg. Oh, guck mal, was dabei ist, Kopfgeldjäger. Wenn ich den Hyperraum-Blocker schon sehe, weiß ich, dass es Kopfgeldjäger sind. Sind die hinter dir her? Hä? Du hast auch gerade eine Feind durch die Fraktion angegriffen, also sind sie auch hinter dir her. Bei mir sind sie neutral. Echt? Okay, dann sind sie hinter mir hinterher. Egal. Wir kämpfen erstmal gegen die Jens. Für euch sage ich jetzt mal eine Torpedo-Fregatte hier. Eskortier mich weiter. Damit die Jäger mal landen. Das ist was Liederlandes für dich. Das ist was Liederlandes für mich? Oh. Da muss ich doch mal hingucken. Der Kniffte wäre geil. So richtig schön, der geile Knarre. 20.000 Damage oder so pro Schuss. Ob es der Gemüsehobel sich hier gedreht hat, ne? Da ist auch mal kurz Weihnachten rum. Ups. Ein Schildverstärker. Oder was ist da mit euch los? Ein Schildverstärker, ne? Oh cool. Wahrscheinlich auch noch ein guter. Legendär. Ich poste den immer. Cool. 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 Oh. Unruhig dringbare Schilde. Das ist natürlich nice. Jetzt muss ich nur das eine oder andere Subsystem wieder entfernen hier. Ach kommt Leute. Torpedos. Könnt ihr knicken. Es installieren. Könnt ihr sowas von knicken. Alter Schilde. Ja und tschüss. Also die hast du gerade aus dem Leben gebügelt, ey. Kopfgeldjäger. Ich sag mal kein Problem mehr. War da was? Ich häpfe da hin. Ich muss auf meine Jäger warten. Ich muss auf meine Jäger warten. Und meine Jäger sind weg. Und ohne Jäger springen ist nicht gut. Ist teure Angelegenheit. Oh da kommt meine Kopfgeldjäger. Geil. Ja kommt in meine Richtung. Kommt in meine Richtung. Kommt ruhig in meine Richtung. Je dichter hier rankommt. Umso besser wird's für euch. Na du hast doch ordentlich Torpedos. Ähm. Ja. Mein Laderaum ist zur Hälfte gefüllt. Und der ist hier gerade klein. Also du machst definitiv mehr Höhlen-Damage. Ja komm. Ein paar Geschenke hab ich noch für euch. Maw. Maw. Jetzt kommen Tandem-Torpedos dran. Ach die Ohren. Ach natürlich deine. Ach es ist zum Kotzen. Meine Kopfgeldjäger haben nur Staffelding. Toll. Wie unfair. So jetzt versuche ich das Ganze nochmal darüber zu hüpfen. Und. Hüpf. Wo will er hin hüpfen? Da wird er. Ja ich hüpfe in den Sektor unter dir. Vielleicht haben wir. Ja irgendwo müssen die da sein. Die können sich ja nicht Luft aufgelöst haben. Hat alle Demon gekillt. Wer assi. Es könnte sogar sein. Ah glaub ich nicht. Ah cool down und so. Cool down. Du bist so cool down. Hallo? Anna? Hä? Hier ist gar nichts? Okay das ist wild. Hier ist einfach gar nichts. Sag mal warum springt mein Ding da eigentlich nicht an? Gute Frage. Ich hab den doch aktiv. Vorrat des Reisenden. Ups. Wollte nicht torpedieren. Wow. Man muss die Dinger jetzt selbst aktivieren. Die Sender? Ne. Objektdetektor. Echt? Ja. Wo das denn? Oben rechts. Spieler. Neben Drohne aussteigen. Okay da hab ich nix. Links daneben. Wenn du das Ding installiert hast. Ich hab's doch nicht mal fest installiert gehabt. Ups. Musst du jetzt selbst aktivieren? Cool. Ich wundere mich die ganze Zeit. Was ist 42 Radar? Nein. Oh shit. Verkaufen. Alter. Ich verkauf's an meine Verbündung. Ohohoho. 1,4 Millionen. Ohoho. Was? Warum? Gönn dir mal ein bisschen Sachen. Ich wusste nicht, dass man so viel für ein Asteroid bekommen kann. Ja, ich zieh mir meine nachher ins System und rein. Komm, berechne die Route. Ich will da rein. Ups. Danke. Das kann doch nicht wahr sein. Die Geschichte der Galaxie. Aber auch da. Das kann doch nicht sein. Wie viel Itemlack wollte ich gerade sagen? Wie viel Anlag kann man haben? Es ist nicht mehr normal. Komm, lass uns decken. Komm, lass uns. Mach Piraten. Ganz viele Piraten. Oh, zwei Astkabin geschützt. Uh. Die bringen Kohle. Die bringen richtig money, 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 money. Ich wollte sie noch hinten ans Hex setzen. Hat natürlich nicht funktioniert. Money, 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 money. Komm, lass uns Satelliten suchen, hat er gesagt. Geht schnell. Das wird total einfach, hat er gesagt. Ja, geht total schnell. Oh, der Egel. Total easy, total schnell. Also richtig fix. Wir machen hier richtig Fast and Furious. Ja. In die andere Richtung. Wir haben aus Versehen den Rückwärtsgang. Ja, Mann. Wir fliegen hier rückwärts an der Zeit, ey. Ja, irgendwie schon. Also irgendwie. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Oh, oh, oh. Was gut ist. Hm. Also, ich weiß nicht. Ich hab mich mit irgendeiner Angst. Normalerweise funktioniert. Normalerweise. Das ist die einfachste Quest überhaupt. Ist so. Jetzt findest du es einfach gar nicht. Demon, was hast du gemacht? Ja, Demon? Der hat das gesehen. Der wusste das und hat gesagt, so, mhm, ihr nicht. Demon, falls du das siehst, ne? Schon uncool. Vor der Aufnahme alles mal wegzusnacken. Egoist. Oh, 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 oh. Ah, jetzt hab ich mich gekratzt, Mano. Karma. Warum tut er? Okay, hier gibt's auch wieder nichts zu holen, außer Ressourcen. Wir helfen weiter zum nächsten. Es ist doch einfach nicht möglich. Wally, wir haben uns ja mittlerweile aufgeteilt. Wo sind die Ratten? Weißen die vielleicht anders? Einer. Ich hab keine Ahnung. Ich bin maximal überfordert und das finde ich echt selten bei Arborion. Ich check's nicht mehr. Ich check es einfach nicht. Mich leid, aber da muss ich ja glatt mal eine rauchen. Das mach mal. Alter. Ja, Lieben. Tut mir leid, aber so ist das Spiel. Ich kann's nicht ändern. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Normalerweise sind die überall. Normalerweise ist es nicht so, die weg wie nix. Langer, langer Lade, bitte. Und? Begrüßung. Piraten. Wer hätte das gedacht? Weil so langsam komm ich mit dem Schaden gegen an. Nicht mehr hinterher? Äh, doch. Ich komm langsam gegen an, meine ich. Die werden langsam kein Problem mehr. Ich fange an, den Chef wieder mit Waffen zu bestücken. Ich hatte ja nur, keine Ahnung, vier Waffen drauf oder so. Ich hatte ja einfach nix. So wie ich. So wie ich. Dreifach auslöschungs Pulskanone. Noch mehr Pixel-Effekte, die durch die Gegend fliegen. Upp, upp. Haus-Batzer. Oh, Mann, ey. Was ist das? Oh. Wie viele? Der Fabi hatte vorher Haus-Batzer. Wie viele habe ich noch? 26. Oh, ja, Haus-Batzer ist geil. Gibt's ja leider nicht mehr. Schön auf Tour gewesen, sag. Oh, war schön. War mega. Aber lang ist sehr. Du solltest mit dem Rappen wieder anfangen. Da hast du wenigstens gemacht, was gemacht hast. Oh. War mal wirklich sinnvoll, sagst du. Oh, mein Gott. Ach, Mann, ey. Ich habe wenigstens noch sinnvolles bei rum, sagst du. Oh, wie gut, dass mich deine Community nicht kennt. Na ja, kommst du zu mir nach Hause. Oh, ich hab so... Ich muss mich halt auf Drachenlord machen. Soll nach Hannover kommen. Wohin kaputt. War doch nicht so laut, du. Nachher macht er das wirklich noch. Hast du meine Mark? Hä, war er doch schon. War doch schon in Hannover. Ich meine, konnte nachher wirklich mir. Ich denke, hat den man da mag. Ne. Er wird nicht mal auf den Hof kommen. Okay, doch. Auf den Hof wird er kommen. Aber die Hunde lassen ihn nicht mal runter. Das sind nämlich... Schlaue Hunde. Wie soll man sagen? Arschlochhunde. Sie lassen einen Lauf auch nicht mehr runter. Finde ich gut. Recht sympathisch. Oh, kommst du zu Papa, du geiles Stückchen. Ich wollte gerade ein Asteroid aufsammeln. Hab vergessen, die Bergbaulaser abzubauen. Jetzt bin ich da, jetzt ist er weg. Ha, ha. Toll. Ups. Naja. Soll sich ja auch lohnen. Ab zum nächsten. Sektor markieren. Notiz hinzufügen. Hä? Was hast du? Xanion. Astro. Ich hab mal ein Xan in Astroiden geclaimed. Mh, mh. Aber normal ist das wirklich alles nicht mehr. Soll spreche ich wieder ganz an den Rand von diesen Satelliten. Wir haben extra schon eine Karte, die uns dabei helfen soll, ja weißt du. Hm. Das gibt's doch nicht mehr. Ich weiß eigentlich. Ich benutze die Karte nicht mal, ne? Ob. Also, nicht wirklich. Keine Ahnung. Ich hab sie getrunken. Ist auch schon die Bossi gejagt? Was ist denn das? Bach. Ja, geil. Braucht man nicht. Du hast eine Gefahrensinnung. Exodus. Hallo, willkommen bei Exodus. Okay, ich fliege hier. Hier könnten eure Freunde werden. Was ist denn das? Ich fliege hier einmal schnell ran. Verkauf einmal ein paar Materialien und baue mal einen vernünftigen Laser. Auf mein Schiff rauf. Er muss mit ordentlich Krabbein. 54 Millionen. Drei Milliarden. Bam. Zum Glück bist du nicht hier. Wieso? Der Asteroid hat einen Nippel. Hallo, ey. Oh nein. Das sieht so rottig aus. Das sieht nicht richtig aus. Oh mein Gott, das sieht überhaupt nicht richtig aus. Von weiter weg sieht es aus wie Klöten. Geil. Geil. Eine große Gruppe ist erschienen. Zum Glück habe ich keine Waffen an. Das hätte ich gerne. Nichts. Oh, Geheimversteck. Geil. Wie gut, dass ich keine Waffen an habe. Eine große Gruppe ist erschienen. Mit dem Mutterschiff. Ops. Also so ein Ding, was die Xotan rufen kann. Ah, dieses fette Viech. Mit so einem Beschwörer. Und ekele. Genau. Zwei Stück davon. Oh leu. Ich sag mal nein. Egal wie gut die Schiffe sind. Die machen euch immer weg. Ist so. Es klingt vielleicht doof. Was ist das? So. Direkt mal ein neues Laserchen gekauft hier. Oh, vorbei geswitcht. Ups. Oh, Aua. Ähm. Hm? Den möchte ich ganz gerne hier irgendwo drauf haben. Machst du jetzt Ballaballa? Jetzt bin ich richtig Ballaballa. Wo ist denn das? Bushi Bushi. Ja. Mann. Komm schon. Visier das Ding jetzt an, bitte. Bitte. Gut. Und wir helfen nochmal in den nächsten Sektor. Das gibt es doch nicht. Nicht wahr? Ist doch nicht die Möglichkeit. Ja, doch. Schmeckt. Er macht Aua. Aber nur kurz. Machst du Lime. Oh, aber reicht. Ja. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Weil das heißt, bitte nicht kratzen. Pickel am Wachsen. Oh, Junge. Hä? Ne. Was? Hast du einen gefunden? Ne. Ich hab was anderes gefunden. Was denn? Warte, ich schick's. Hey, warum find ich denn das nochmal? Alter. Welche Taste waren das? P war's? Lol. Ey, du bist so ein Schwein, ne? Warte mal. Hab ich das... Hab ich das nicht schon? Das Bauwissen dazu? Ich hab doch Xania im Baubissen schon. Lol. Ja, cool. Äh, herzlichen Glückwunsch. Würde ich mal sagen. Ach, ist an mich gespunden. Na, belastend. Das Bauwissen ist auch unnötig. Ja, ich hab das... Xania im Baubissen gerade gefunden. Das Xania im Baubissen? In der Kiste. Ja. Lol. Warum auch immer. Mal in der Kiste drin. Ja, viel Spaß beim Bauen dann. Ja, obwohl ich's schon habe. Ja, eben. Deswegen so. Erstmal Xania, kann man sich mal gönnen. Ist doch voll dumm. Ich kann's dir nicht schicken. Ich hab's noch. Weil du wiedergebunden hast. Ich weiß, aber ich hab's ja. Du hast das schon. Du hast das schon lange. Ach so. Bautoschen Schiff aus Xania. Oh, bist ein ganz edler. Ja. Nichts größeres Schiff, was ich hier baue. Weil das hat auch wieder Xanion drin. Ach so. Ja. Okay, Entschuldigung, dass ich dir helfen wollte. Ach, überhaupt kein Thema. So ein bisschen ETPTD dürfen wir doch alle mal sein. Ja, ihr Lieben. So, kann ich schon. Ja. Apropos ETPTD. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen kleinen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.